sonntagmorgen 10 uhr weiter geht's ja ich habe die woche ein bisschen vorgearbeitet ich habe nicht alles gefilmt ich habe die felgen soweit bearbeitet abgezogen die reifen ja und lackiert zumindest grundiert teilweise auch mit sprit spachtel ein bisschen bearbeitet so und die kriegen heute ihre farbe war bis angekommen verschiedene ersatzteile sind angekommen ja ich zeige euch das mal die staubschutz kappen und die ja die welt ich dringe für die gabel ist angekommen ja der neue bremssattel der war ja auffällig der star dann sind mittlerweile die original piacho griffe für den lenkrad angekommen da sind sie ja die gibt es im nachbau und die gibt es als original ich habe jetzt hier das geld meine hand genommen und die originalen gekauft ja das haben wir gemacht dann die stoßdämpfer ein bisschen heute zusammengebaut werden passiert heute eine ganze menge hoffe ich jedenfalls felgen silber ist da ja kann ich also auch die gabel lackieren ja und dann geht es ja heute zum finale heute nachmittag an das große an das große thema verkleidung mit den mipa protektor und den haft promoter erstmal welche das tote kunststoff da so ein bisschen runter schleifen mit schleifvlies ja und dann werde ich die teile lackieren mit dem protektor ich muss mir mühe geben dass ich alle kunststoffteile finde nicht dass ich irgendwas vergesse das wäre ziemlich ärgerlich aber ich denke mal das kriege ich ja und auf wunsch eines einzelnen herren der wollte noch mal ein echtes moped sehen da steht es ja habe ich auch schon sauber gemacht heute morgen ja ich war schon fleißig wenn ich ganz fleißig bin heute abend vielleicht noch mal eine kleine runde mit der karre hier drehen okay so jetzt kommt hier erst mal farbe drauf und dann nehme ich euch dazu wenn die reifen und die farbe da drauf sind weil letztens einer gefragt hat ja wie man die ventile einzieht erstmal gibt es ja unterschiedliche ventile es gibt die in diesen abgewinkelten version so wie ich die gerade jetzt eingebaut habe oder es gibt die auch als gerade stücke hier ging kein gerade rein weil ich dann mit den einzugshilfe gegen die speicherer gekommen wäre ja zum einziehen gibt es auch hilfswerkzeuge das ist hier so ein ziehstift der hat vorne entsprechend das passende gewinde und dann kann man mit ein bisschen kraft nach oben entsprechend das ventil einziehen ich würde es nicht mit der kombi zange machen wenn er das mal austauscht ich glaube so ein werkzeug ich glaube zehn euro oder was das kostet jetzt spielt der gimbal verrückt also das kann man dafür ausgeben dafür hat man das ewig und wenn man doch mal ventile einzieht ist man auf der sicheren seite dass man da nichts beschädigt ist ja nichts ärgerlicher als wenn man den neuen reifen drauf gezogen hat und stellt fest dass das ventil und dicht ist also das braucht ja nun wirklich keine ok jetzt kommt der reifen drauf der liegt draußen in der sonne ich lasse ihn immer ein bisschen vorwärmen und hofft dann entsprechend dass er mit hilfe dieser reifen montierpaste die ich einmal am rad und am reifen dran mache entsprechend drauf rutscht aber wir werden sehen der erste ring geht verhältnismäßig leicht rüber der zweite ist der schwierige den ich da jetzt aufziehen werde wichtig ist dass man auf die laufrichtung achtet wenn man darauf richtungsgebundene reifen hat bei mir ist das hier hinten der hinter reifen und ja ventil seite in rechts rum so muss er montiert werden ist ein dünner reifen die sind wie forst also verstärkt die lassen sich in der regel ein bisschen schwieriger aufziehen als die anderen aber auch das muss klappen dafür hat man ja schließlich eine reifen montiermaschine ok weiter jetzt um mal die frage zu beantworten warum ich die felge nicht erst grundiere lackiere und dann mit klar lang bearbeite bei den aufziehen der reifen in 75 prozent der fälle passiert mal sowas nämlich dass hier so kleine abplatzungen beschädigungen entstehen durchs aufziehen das ist nicht weiter tragischer das kann man relativ einfach wieder heraus arbeiten aber es passiert halt und dann ist es besser bevor man final lackiert und grund die also nach mit klarlack bearbeitet den reifen aufzuziehen habe ich bessere erfahrungen mitgemacht ja drauf ging er gut ging einfach jetzt auf pumpen einmal aufs felgenhorn springen lassen denn luft ablassen und dann kann man hier wieder den rand entsprechend bearbeiten ja der reifen ist drauf und ausgepumpt gleich die wachsreste mit einer bürste weg gemacht das sieht hässlich aus wenn man das nicht macht und der wachs sich so in den buchstaben reinsetzt habt ihr ewig drin sieht beschissen aus ja jetzt muss ich hier noch die kleine macke da rausnehmen das mache ich mit einem spritzfüller einmal drüber vielleicht zweimal und dann ist die macke da auch wieder nicht raus aber zumindest nicht mehr sichtbar ok so ja bauen wir den stoßdämpfer zusammen die ersatzteile sind ja da die beiden dichtungen staubkappe und wellendichtring ja der wellendichtring da merkt man jetzt wirklich deutliche unterschiede der ist hier noch ja sowie gummi sein sollte und nicht so ausgehärtet wie der andere ich hab den leider mittlerweile schon weggeschmissen ja ich habe mir überlegt ich werde den hier normal eintreiben ich denke mal aufgrund der ja des guten gummis kriege ich den mit so einer nuss entsprechend hier reingetrieben die passt ja genau auf den rand ja ich habe mir auch überlegt ob ich das vielleicht mit einer gewindestange von unten eintreibe ja hier eine gewindestange durchziehe und dann das probieren gerade durchzuziehen aber ich denke mal mit einschlagen wird das funktionieren ja ich mache erst den wellendichtring rein dann die mutter die schraube mit einer entsprechenden passenden kupferdichtung dann kommen 65 mm milliliter 10w forköl also gabelöl hiervon liegt wie moly über die menge steuert man wohl so ein bisschen die härte 65 war der tipp von einem von euch vielen dank dafür beratschlag ich mal so nehme ich mal an danke für den tipp ich mache da jetzt 65 milliliter rein und dann mal gucken wie denn das einfeder verhalten denn entsprechend so ist ja dann wird er wieder zusammengebaut dann kommt der zweite dran dann lackiert ja und dann kann man die gabelbrücke auch schon wieder zusammenbauen da ist nämlich das lackierte teil ist auch schon auch schon so weit fertig die reifen draußen sind in der sonne die werden nur noch lackiert wenn ich die eine macke daraus habe dann der lenker also heute passiert noch jede menge ok weiter geht's nummer eins ist fertig ja das ist eine sache von fünf minuten dass der wenn sich dringendlich sich gut eintreiben ja mit dem mit der dicken nuss sprengring drum gemacht und dann entsprechend ja die mutter die schraube die hinten drin sind so ein bisschen mit schraubensicherung abgedichtet nicht nur für den hals sondern auch für die dichtwirkung ja neuer kupferring drauf zusammengeschraubt mit schlagschrauber ja und jetzt ist wieder alles gut ja federt gut ein kloppen einer hand ja mit einer hand schaffe ich das nicht aber man hört wie sich das öl darin bewegt ja hat sich also gelohnt kommt jetzt ein zweiter dran so stoßdämpfer wartung abgeschlossen technisch gesehen ja nicht allzu anspruchsvoll die große herausforderung ist hier den wellen dichtringen da aus den sitz raus zu kriegen aber wie beim letzten mal gesagt wärme reinbringen und dann ja peu à peu über ja übers biegen also verkanten entsprechend raus drücken ja vielleicht gibt es auch aus abzieher oder ausdrücker oder so von habe ich aber noch nicht gesehen aber mit wärme das war das anheilmittel ja von den kosten her nicht ganz so billig die wellen dichtringe 24 euro zwei stück stolzer preis und die staubkappen 20 euro und dazu noch ein bisschen öl wobei das nicht ins gewicht fällt ja das sind 45 euro naja macht man nicht jeden tag und ich habe dann die nächsten 20 jahre wieder ruhe so jetzt hole ich die felgen rein und lackiere die felgen die stoßdämpfer muss ich auch noch hier den nochmal sauber machen und nochmal nach lackieren ja und dann geht's weiter mit der verkleidung das passiert heute auf jeden fall noch will unbedingt dieses mietbarzeug ausprobieren und heute ist ein warmer trockener tag ich mache zwar hier drin in der garage aber bei temperaturen über 20 grad ist sicherlich das trockenungsverhalten ja deutlich besser so ja das ist eine tatsächlich unbeliebte arbeit jetzt müssen die ganzen kunststoffteile geschliffen werden die sind der kunststoff der drauf ist der so unglaublich tot das haben wir hier ein paar mal mit so ein fließ drüber schleift kriegt man ja so eine graue schichten aber das ist alles ja toter kunststoff und der muss runter sonst kann man hier mit dem besten preimer der welt arbeiten und das wird alles nix ja ein paar teile schon fertig warum muss ich noch richtig spaß macht es auch nicht aber hilft ja nichts ja das lief jetzt ganz anders als geplant ich habe da gesehen ich habe die teile gereinigt ja dann habe ich die draußen in den garten hingelegt nochmal mit dem gartenschlauch ein bisschen abgesprüht und dann bin ich auf die glorreiche idee gekommen naja wetter sah ja gut aus trocken sonnig nicht allzu warm das im garten zu machen habe dann ja eine sechs meter lange leiter hingelegt zwei stühle und die teile drauf gepackt ja und dann habe ich zumindest angefangen schon mal zu primern also den zeug in zwei lagen da die haft verbindung herzustellen ja ich wollte das dann film wie ich den mipa 2k protector aufbringe ja und dann wie es so ist zogen ganz schnell dunkle wolken auf ja so und dann hatte ich die die qual der wahl zu überlegen lackiere ich jetzt schnell oder bringe ich wieder alles rein und mache das alles nochmal oder fange ich jetzt an das schnell zu lackieren weil das zeug trocknet unheimlich schnell ich habe mich dann dazu entschieden ja es zu lackieren und es da bei der lackierei draußen nicht zu filmen ja das ergebnis liegt hier ja was soll ich sagen ich bin mit den mit der struktur mit der musterung mit der farbe an sich sehr zufrieden das ist ein tolles ergebnis geworden hier ist das beinschild für diejenigen die das hier verfolgen haben wir gesehen was für ein katastrophaler zustand der kunststoff gehabt hat jetzt sieht er wieder richtig schick aus die reflektion kommt jetzt vom licht ja das was gar nicht so gut ist ist die reichweite ja ich bin mit den 1k haft pro motor zweimal drüber gegangen und die flasche ist immer noch halb voll und das ja protektor zeug unheimlich schnell alle also ich brauche wohl noch also noch eine weitere flasche ich hätte gedacht mit einer bin ich für die paar kunststoffteile gut unterwegs bei weiten gefehlt also wenn ihr das macht bestellt die doppelte menge von denen ihr denkt die er braucht ja wenn er sagt auch mensch mit einer komme ich hin bestellt zwei und wenn ihr zwei braucht bestellt vier ja wie lässt sich das zeug verarbeiten es ist zwar in einer lackierpistole und wird auch entsprechend in einer lackierpistole ausgeliefert hat aber mit einer lackierpistole überhaupt nichts zu tun das ist mehr wie so ein ja druckspüler und hier werden abstände bis zu 70 90 cm angegeben je weiter man mit dieser ja kartusche mit der spielflasche weg ist desto feiner wird die struktur wenn man zu nah rangeht ja dann passiert folgendes auch das zeige ich euch ja dann gibt es hier so eine hässlichen flecke ja dadurch dass ich das teil oder dadurch dass ich ja noch weitere teile mit mipa bearbeiten muss ist das jetzt hier nicht so schlimm also ich werde das wegschleifen ich werde zumindest probieren das ist polyurethanlack also und dieser polyurethanlack wird zum beispiel bei der us army eingewendet angewendet und ihre hammers zu lackieren ja und die sind bio waffen und säurefest also das zeug ist bombenfest und bomben hart ich hoffe dass ich hier irgendwie trotzdem noch ein bisschen runter geschliffen kriege ja also die drei teile die da liegen die muss ich noch machen flasche ist bestellt ich hoffe dass ich denn das film kann dass er dann mal so einen eindruck eindruck habt wie dieser ja dieser lack diese beschichtung so funktioniert ich war ziemlich erschrocken also wie gesagt ist mehr druckspüler als lackierpistole da kommt richtig was raus und dann fängt das richtig an auf der oberfläche zu brutzeln wenn man das das erste mal gemacht macht erschreckt man sich doch und denkt doch was passiert denn hier aber der ja die die beschichtung ja gibt ein gibt dann denn ja den erfolg zurück ja und dann freut man sich dass es denn so aussieht ja tiefes satte schwarz einfach bombe ergebnis ok ja das sollte davon jetzt erstmal gewesen sein oder hier noch mal ein kurzes update noch mal zur felge die habe ich gestern noch mal lackiert ich habe die erste in diesen presto silber lackiert ja das sah billig aus muss man ganz einfach sagen mit dieser felgen vor muttersilber da draus naja das hat er sie mehr so china roller style und deswegen habe ich mich jetzt hier für so ein effekt lack von dupli color entschieden das ist so ein bisschen mit eisen glimmer drin das macht das ein bisschen ja ein bisschen edler die felge ja also das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein die tage geht es weiter mit dem zusammenbau rahmen drauf vor der felge vor der gabel ist ja auch fertig die hängt hier einmal noch mal zwei karlack drauf und dann kann ich das wieder zusammenbauen ja an euch noch mal ein dank für die neuen abonnenten 800 abos haben wir jetzt freue ich mich hoffentlich geht es so weiter das war bis zum jahresende die 1000 knacken bis dahin macht es gut und lasst einen daumen da